was können wir da schlittschuh fahren wir vertröden hier schon wieder so viel zeit mit blödsinn aber egal alles test was ist hier eine guck dir das an die haben mir die lexen ich gehe auch die lexen ich mache mir eine gemütliche zeit arbeite du mal du machst das schon ich entspanne schnaps im schuh abzara du schläfst gleich massage okay hier ist eine kanone aber die dürfen nicht benutzen spiel es könnte sein ich will das gucken schaffe bord ist aber kaputt ach das ist alles noch eingefroren hier ich glaube dazu müssen wir das türmchen schaffen so wie kommen wir auf den turm jetzt früh konzentration blau hier geht's runter ach so bedient was in der stadt schule was jetzt kann ich daran ach so du musst das drehen wahrscheinlich naja weiß bloß noch nicht wohin bis nach oben stopp halt stück zurück warte ach scheiße du musst dich du musst irgendwie hoch ne jetzt nimm den roten bubbel da haha na das reicht doch nicht schau wurde ganz elegant ganz elegant äh ich verstehe schon du musst dann drehen aber springt der gleich ab oder kann man das festhalten halt ich komm nicht ran du musst ein stück vorspringen ne dann fall ich okay aber er stößt sich gleich ab ach warte ich hab mir den ja du musst mich erst drehen ich muss mich festsaugen mit dem blauen hier und wenn ich oben bin muss ich mit dem rad laufen bis der roto kommt okay bereit ich bin locker ja warte 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 ja duftel reichen warte mal jetzt musst du mich äh warte mal blau brauche ich nicht weiter 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 stößt mich ab ach so ich muss entweder oder naja genau jo 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 okay let's go man punkt bist du ja ja kannst du ich stopp so rot 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 bedeutet ach du kannst ach ja ah ok so weit boing was für ne Glocke ey ne Schneekugel in ne Schneekugel ne 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 apto kugel ist ein aquarium bestand okay ich gespielen es werden wir haben hier und eine wichtige ups in der glöckner sind wir haben hier eine ich habe die idee ich gebe den jetzt richtig voll schmackes du musst blau nehmen hier zum abstoßen brauche ich ja immer immer meine frage gar nicht klau auf ihr leben entgegengesetzt ist glaube ich ganz gut das dem noch nicht die nase aus mir sicht geflogen ist manchmal kriegen wir das richtig hin dass da richtig schmacken ja so ich stelle mich jetzt auf einen drauf ich fahre jetzt mit ihm ich sterbe sofort hier nächstes spiel was gibt es noch willst du riesenrad fahren ich auch warte ich gebe von oben schmack ist geht es von hier geht gar nicht aber kommen auch mal hoch ich glaube wir müssen sogar hier hoch oder nee ich mache eine rutsche ja die habe ich auch schon gesehen jetzt haben wir eine kanone die ist frei ich wollte und bei schaffeln baut noch ein naja schaffeln baut will ich auch noch let's go to the shuffle board minigame ja das ist ein minigame das wird uns jetzt richtig viel zeit kosten weil das da werde ich dich so oft fertig machen jetzt drin ich bin bereit bringe deine pucks möglich nah an die kante tja zeig mal was du kannst du im shuffeln das ist genau muss ich jetzt mal mit dem laser da erst mal mit y okay ich habe einen weggekickt direkt rein ein bisschen da hinten habe ich rausgekickt sammeln mal deine kraft mit einem fetten bauch ey okay er zieht direkt durch nein nee nee wir haben ja drei ja oh das war zu toll er sabotiert nein ich halte ihn auf weiter 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 nein siegertyp beschiss na große klappe na komm nochmal erste runde gib mir die meine pucks ich darf nicht jetzt okay jetzt mach ich nur vieren aha ich bringe ihn erstmal nach das ist ein eisblock oh das ist ein eisblock okay das ist neu ich richte aus oh jetzt zieht gleich mal wieder durch ein punkt schade nur zwei immerhin ein nein kante nein aber du machst wieder zwei war da da muss ich ja da muss ich ja richtig reinknallen jetzt hier mit ober unter kante ich habe mir alles zugebaut da hinten naja ich auch aber ich probiere jetzt den einen über den anderen so ein bisschen noch tiefer rein okay es reicht vorne und hinten nicht schade nein nein sechs punkte verdammt nochmal was los hier was los hey du bist scheiße in dem spiel doping doping oh neue blöcke oh die sind hart oh die sind eklig warte ich richte aus die sind richtig eklig du darfst ja gar nicht durch da mit einem rutsch oder ich komme da durch ich komme mal bei mir die sicht ja bei mir auch nein komm schon da ein punkt ja profi das ist richtig schwer da genau durch zu knüppeln alter er macht eine vier lächerlich noch steht er nicht er steht was ist daran lächerlich ist das ein beschiss lächerlich so eine kacke ja das ist eine beschissene sicht okay nein riesen gefällt der ist der schlecht wenn der schlecht mega mies die sicht ist scheiße ja ich weiß deswegen ich konnte gerade nur so ein bisschen pauschal drüber oh nein bitte nicht oh jetzt habe ich mir richtig verbaut musst du von der anderen seite die andere seite hatte ich ja gerade oh ja okay ist gewonnen easy er macht nur sieben ganz 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 klar nein es ist alles kacke mein leben hat keinen sinn ja so deswegen also das war auch die wichtigste runde ja genau die zählt doppelt genau genau die zählt doppelt na du bist ein spinner aber sehr gut steht immer noch 2 zu 1 ja du darfst da auch mal ein spiel haben wir können doch mal pümpeln ja gerne und dann steigt er wieder auf maus und tastatur wer macht denn sowas gerüchte küche die du hier anheizt ja die vollkommen korrekt ist ja wenn man mal aus Versehen gegen die maus stößt dann ist gleich tastatur da genau aber das sind die verschwörungstheorie es gibt gar kein corona ich hätte das für ein gerücht irgendwie schon wo bist du denn hin na schon weiter zum türmchen wo bist du denn da hinten noch na gut dann esse ich mal während das meine trete dein was meine trete ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht nein mein trete ist runter gefallen ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht na da wo wir hinwollen auf dem turm vielleicht aber das wird nicht reichen naja was kannst du denn noch was kannst du da drüben machen ach so da müssen wir hin aber du musst ausrichten ups da kann ich auch was richten ach so ich kann kannst du mir in die eiswand magnete schießen ja ja bloß was nützt er mir da oben jetzt du musst es machen oder ich muss das schon schießen das ist um hochzukommen warte mal du bist blau du kannst dich ranziehen ja ja gut perfekt die explodieren wenn sie unten kommen wahrscheinlich aber du könntest dich jetzt da locker hochkaufen geschafft okay ich bin oben und jetzt wo man gelangt ich jetzt meine rüber irgendwo hin gut muss ich noch höher ich weiß es nicht nein ich muss hier lang warte mal warte mal hier hier musst du hier ach so da bist du da bist du jetzt muss ich mich aber hier weil voll auf denselben alter sehr kunstvoll das war es glaube ich so kann man übrigens auch seine scheiben im winter von eis befreien klingt sehr sinnvoll den fahrer in der gegend kann er mal können sie mal leute was das denn hier rb für mich hin ich wäre auch ein weg bringt er mich hin blöder vogel ich will zurück alter ich laufe lieber und müssen wir dann hin ich jetzt mal hier ach so wir müssen hier in bock jetzt passt ja ich habe quasi da jetzt haben wir die grunde erst mal auf und dann das schräubchen der macht das ist so schick die ging ja Wie denn er guckt? Das sieht nicht gesund aus. Wie hab ich denn das gemacht? Keine Ahnung. Warum stand da? Warum? Alter, ich mach mal Party! Apricci! Wuuuuh! Mods Gaudi! Guck mal ein Himmchen hier, Alter! Warum kann ich... Ich kann Hüte klauen! Ich hab so'n Hüte auf! Boah, ich will den roten hier! Nein! Das wär' meiner gewesen! Der ist rot! Das ist meiner! Wird's was zu trinken? Ich steh' hinter der Theke! Jo! Warte, ich schenke dir was ein! Ich brauch nur einen Moment! Alter, wo bist du? Ach da unten! Das ist die Übertheke! Das ist die Übertheke! Der kotzt ein Herz! Die kotzen! Der hier hinten! Der andere! Ja, mit viel Liebe! Lauf, dicker Lauf! Wie ein Frosch, Alter! Wie so'n Frosch! Mit fettem Zylinder hier! Ey! Ist weg! Stimmt! Okay, Bob fahren! Hey Cody! Das geht über Forschungskraft! Das hat ne Bob-Mannschaft! In... Zwei! Drei! Und... Oh, was hast du denn für'n Beschiss-Start? Hau' mal ab! Oh, du kickst mich raus! Na, will nicht! Jetzt geht's hier, aber auch volle Bretten! Ich hau' dich noch so weg, hier! Scheiße! Oh, oh! Angedockt! Alter! Ich komm' nicht an dir vorbei, weil du so fett bist! Weil ich zu schnell bin! Fuck! Was'n das? Oh! Oh! Ich war grad nicht richtig drauf, ne? Ja, jetzt spürst du mal den Zorn des Bob-Fahrrad-Gottes! Wie ist's von Assi, Alter? Wie ist's von Assi, Alter? Wie ist's von Assi? Ja! Leckerlich! Ja! Wieso bist du jetzt auf einmal schneller? Ja! Womit hast du denn beschwischen? Ihhh! Wo sind wir jetzt? Guck mal, hängst du wieder noch halb drauf im Magen! Aber von was für'n Tier? Das ist ja riesig! Was soll das für'n Magen sein? Nee! Das ist ne Schlange! Sieht nicht gesund aus! Ja! Wuhuu! 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 Wie er mich ausbremst? Wuhuu! Wie machst du das? Das war'n Wahl übrigens! Oh, ich überhole dich! Du überholst mich nicht! Du fällst da jetzt in eine Feuerfunke! Leute, überholt mich! Äh, schon wieder! Nur um! Hab's gesehen! Die Konsole geöffnet! Gottmode! Ja! Gottmode! Ich kann eigentlich auch abbremsen, ja! So langsam, wie du bist! Ich bin mal einen halben Meter hinter dir! Langsam! Hätte ich das gewusst, hätte ich noch ein besseren Start hingelegt! Ja! Jamaika hat ne Bob-Mannschaft! Was jetzt? Gehen wir baden? Ja! Wuhuu! Das sieht vorbei-Mannlandschaft! Das sieht cool aus! Ich bin nicht so gut in der Wasser. Ich bin sehr sicher! Wuhuu! Ich bin nicht gut in der Wasser. Jamaika hat ne Bob-Mannschaft! Wuuhuu! in die Feuer? Woa Bunga! twelve haben wir gesagt. Wir sind wie alt, Aleklar! Wie alt ist, Däiden! Wir sind für alle verbunden! Leider! Wow! Wür? das ist die außenwand weiß nicht hier kommt irgendwas ja schleuse oder so ich muss den roten nehmen hier wie er ganz schnell sein will sind wir jetzt im klo guck mal mitarbeiter des monats da ist doch peter ich weiß nicht abwasserrohre ist die zentrale leitstelle es scheint tatsächlich so ein mittelpunkt zu sein ja verschiedene becken er versteht die ich auch er sagt ach alles wieder scheiße heute arbeit kacke ventile blöd hier hebel klemmt gewerkschaft und immer noch keinen orden bekommen aber eine seite haben wir jetzt noch nicht bekommen da das teilstück für die glocken nene we're just gonna bring the sweetness back into our relationship go we're sweetness our relationship will die yeah right just throw some sweets and we'll cancel the divorce sweetness comes in many forms man was the last time you think kody for taking care of everything in your home um well come from them we can will who you know w ch y o oh i na Ich nenne ihn Karl So, er ist ein Bobby, oder? Bobby ist es auch, er sieht eher nach Oh, guck mal bei mir! Ich bin in seinem Bauch Ja, da ist Bobbys Bauch Ich sehe ganz genau, was er meint Bobby Hunger Guck mal, wie groß er bei mir ist Seine Nase Ist das dein Kopf manchmal zucken? Ja, guck da einfach Auf meine Seite, wie das aussieht Ja, ich seh das in der Nase Oh, hier ist Bobby's Arsch Barsch Guck mal, saftig